Und Hitz ist vor den Sechzehner nach einer Ecke. Getoppelt! Hitz! Tor! Tor noch Hitz! Der Ausgleich, das gibt es nicht! Marvin Hitz! Marvin Hitz macht das 2 zu 2! Aus der Drehung! Und dann nagelt er das Teil unter die Latte! Bist du wahnsinnig! Der Schweizer mit dem Ausgleich! Was für ein Fußballspiel! Was für ein Spiel! Weizsiel dreht die Pirouette da hinten! Und Hitz ist schon wieder ganz ruhig! Ja, der muss zurück in die Kiste! Der muss zurück in die Kiste! Ecke von der rechten Seite! Papadopoulos kann nicht klären! Dann machen sie das Teil nochmal scharf! Einmal abgefälscht! Und Hitz! Der hat den Riecher! Carlsenbracker versucht mit der Hacke zu verlängern! Und Hitz der Keeper mit dem Tor! Das geht es doch überhaupt nicht! Hör mir auf! 30 Sekunden noch auf der Uhr! Hört euch das an! 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 Unfassbar! Werner noch mal für den FCA! Versucht den Seitenwechsel zu spielen! Gelingt ihm! Nochmal Augsburg, über die rechte Seite, im 16 Meter Raum, die Schürs, halt die Top, Pfosten, Pfosten! Was für eine Schlussphase, Wahnsinn, halt die Top an den Pfosten und jetzt ist das Spiel aus. Und alle stehen, und alle stehen, was für eine Partie.